Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es für euch DJ KK aus Animal Crossing. Die Noten sind nicht besonders schwer, aber ihr solltet den Wechsel zwischen dem Chalamot-Register, also den unteren Tönen und dem Klarinetten-Register ganz gut hinbekommen, weil da sind doch ein bisschen schnellere Wechsel drin. Das werdet ihr aber auch gleich hören. Ich werde euch das Lied jetzt erstmal schön langsam vorspielen. Die Noten Ich hoffe, das Lied hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da, kommentiert mich, abonniert mich und ciao! Bis zum nächsten Mal!